Herzlich Willkommen bei Bananascoot. Heute machen wir ein Game of Eli mit Elias, Nils und mit mir und mit Eli und mit Paul. Aber warte, ich bin ja Eli. Und ja, ich will sagen, jetzt geht's los. Schnell, schnell, schnell. Ah, ich bin Erster. Zweiter, Dritter. Ich mach'n gut Pyrrha. Das geht nicht hochgesnackt. Wir machen mit zwei Versuchen, ne? Ja, Leute, ich mach'n mal nur nach. Ey, darf ich einfach nur nachmachen? Ja. Ja, aber nicht vormachen. Nicht hochgesnackt. I will chop you up, man. Was? Ja, whoop die Dings da. Ich werd' hier ausgeschlossen. Ja, Bank. Das ist so leid. Oh. Das zählt jetzt aber nicht. Doch, doch. Alter, wie knapp das war. Da. Nein, ich hab's noch. Hier. Roller. Oh, Messie. Ich glaub, das wird, das werden wir jetzt besuchen. Das ist ein spezielles. Ah. Er hat auch sein oberes Vater gemacht. Jetzt hab' ich das. Ja, okay, ich bin ne. Und? Ich mach' einen Whip-Catch aus meinem kleinen Schein. Du musst das kippen. Ah! 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 Ich bin nicht. Ey, das ist alles so daran, als wenn ich eine Bremse habe. Na ja. Double Whip Roller. Double Whip Roller. Double Whip Roller. Oh, oh, oh. Oh. Wo? Oh. Irgendwie Double Heel fand ich. Das ist ja ähnlicher, als die Double Heel. Alles gut. Ich steh' auch so. Oh. Da hast du gerade den Spiel gewischt. Ich weiß nicht, wer alle grad hat. Zählt der? Da hast du gerade den Spiel gewischt. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab's. Du hast drei los. Nee, dann, okay, mach ich auch mal. Die müssen beide noch rein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also wenn ich ihn jetzt nicht schaffe... Ey, mach mal los! Na oin! Das zählt! Ich war drauf und ich bin weiter... Sollen wir ihn sehen lassen? Dann mach da einen Kickliss! Mach einfach gar keinen Kickliss! Nee, ich mach einen Kickliss! Ich bin scheiße! Der macht was für da? Da! Ach! Das ist der Maul! Nils! Grinde! Ich hasse mich! Ich hab mein Handgelenk und meine Elbe! Ich hab das Gefühl, dass Nils wirklich krass ein Grinden ist! Grinden? Hallee! Alter! Ja! Juhu! Juhu! Mir ist es egal in welcher Richtung! Juhu! Oiii! Ich höre jetzt auf MAP und so! Das ist das! Da ist irgendwer Amerikaner, der singt irgendwas anderes! Schwere Zeichen! Ich hab zu viel Fortnite-Stress! Warte! Das ist glaube ich schlimm! Ey, warte! Du Hurensohn! Warte, ich muss die auch noch machen! Was habt ihr denn für Buchstaben? Oh! E und E! Ich hab gar keinen! Elie hat im Game auf Elie keinen! Elie, äh, Elie hat E! Ja, und du hättest auch! Haben wir jetzt auch ein Rebate? Nein! Achso! Last Trick Rebate! Ja, okay! Dann hab ich ein E! Last Trick Rebate! Ja! Ich mach auch ein E! Ich mach auch ein E! Der erste Trick im Game! Die passt nicht! Elie fahrt nicht! Ey! Nein! Nein! Ich zieh' ich nicht ein! Digga, ich bin schon wieder auf meine Bremse getreten! Ich nehm' die alle in meinem Spiel auseinander! Oh, ich muss... Mach du auf! Du bist ein, der Otto-Digger! Ich bin deine Sketchery, du! Ja! Hä? Mit oder ohne Sketchery? Du entscheidest! Juhu! Nein! Ja! Ja, der war aber nicht! Bruder, rauf! Runter, rauf! Krassarge! Oh! 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 Keine Kunstbewege! Hä? Also! Hä? Nein! Ja, ist mir egal! El zu, El zu Null! Null! Ich hab' kein Glück mehr! Ich finde! Bring's dran! Und machen wir eine E.T. aus! Was? Was? Mach einfach so! Bitte macht der jetzt nicht wieder so'n Gucci-Trick, Digga, dann! Doch, macht der! Was ist das? Digga, was ist das? Sieht so ungesprochen! Das hält dich halt! Ich war nicht! Na, du hast doch! Digga, nein! Digga, nein! Digga, jetzt raus! Das ist nicht schwer! Nee, ey, ey, ey! Gute, schau! Gute, schau! Gute, schau! Komm! Ja, ich brauche Scheißraum! Was ist das? Hier, we go! Was ist das? Bruder, ich mach wieder Wolltang-Wendet! Ehehuu!